Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute nehmen wir uns die Personalie Uli Hoeneß vor. Nach dem großen Transfergetöne vor vier Monaten macht Hoeneß eine Rolle rückwärts. Er sagte heute, ich muss ehrlich sagen, langsam geht mir das auf die Nerven, dass man sich nur noch über Käufe definiert. Wir haben gerade zwei Titel gewonnen und wir sollten jetzt erstmal alle feiern. Präsident Uli Hoeneß, Sonntagabend am Rande der Meisterfeierlichkeiten der Bayern-Basketballer. Ende Februar klang Hoeneß beim Sport1-Doppelpass noch ganz anders. Wenn sie wüssten, werden wir schon alles haben. Zwei Aussagen, zwei Stimmungslagen. Auf der Haben-Seite sind bei den Bayern momentan drei Spieler. Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Jan-Fiete Arp. Hoeneß, ich kann versichern, am 16. August steht eine gute Mannschaft auf dem Platz. Aber wer kommt noch? Auf der Wunschliste steht ganz oben Leroy Sané. Dieser Transfer gestaltet sich allerdings aus mehreren Gründen als schwierig bis nicht realisierbar. Hudson-Odoi will zwar zu den Bayern, die Münchner wollen ihn, aber der Engländer hat sich eben erst die Achillessehne gerissen. Erste Voraussetzung für einen Transfer, die Verletzung muss ausheilen. Diese hat auch Chelsea's Ablöseforderung schmelzen lassen, von 40 Millionen auf rund 20 Millionen. Dennoch, die Londoner, vor allem ihr desiginter neuer Coach Frank Lampard, wollen um ihr Flügeljuwel kämpfen. Den Atletico-Sechser Rodrigo wollen die Bayern auch haben. Der Spanier geht aber lieber zu Manchester City mit Trainer Pep Guardiola. Verlassen werden den Rekordmeister folgende Spieler. Mats Hummels, Marco Friedl, Arjen Robben, Rafinha, Franck Ribéry und James Rodriguez. Jorambo Ateng soll weg, Renato Sanchos will weg. Also, was denkt ihr? Was passiert noch bei den Bayern? Was haltet ihr von den komischen Aussagen von Uli Hoeneß, die erst in die eine Richtung gehen, danach in die anderen? Ich mache hier oben noch mal in der Infokarte auch mal eine Abstimmung. Was haltet ihr von den Hoeneß-Aussagen und was haltet ihr von Bayerns Transferpolitik? Schreibt es aber auch in die Kommentare, was ihr von beiden haltet. Also einmal von Uli Hoeneß und einmal von der Transferpolitik des FC Bayern München. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017